Vom 24. bis 29. Juni findet die 12. Ausgabe der BMW International Open statt. Auch die aktuelle Nummer 3 in Deutschland, Max Kiefer, wird an dem prestigeträchtigen European Tour Event in Köln-Pulheim teilnehmen. Der BMW Golfsport-Botschafter freut sich schon auf sein Heimturnier. Ja, schon sehr groß natürlich die Vorfreude. Es ist das einzige Turnier in Deutschland für uns. Dann Gut-Lerchenhof ist ein Platz, den ich gut kenne. Früher waren die Linde German Masters da. Das hat mich als Kind motiviert, auch mit dem Golf anzufangen. Ich kann zu Hause schlafen. Und dann natürlich noch die Verbindung, die ich mit BMW habe. Also ich glaube, mehr geht nicht für ein Turnier. Also es wird auf jeden Fall eine ganz besondere Woche. Neben Kiefer werden auch Major-Sieger Martin Keimer und Henrik Stenson die Nummer 3 der Weltrangliste in Pulheim abschlagen. Nach seinem grandiosen Jahr 2013 auf der European Tour ist Kiefer nun wieder im Alltag angekommen. In der Preisgeldrangliste liegt der 23-Jährige jenseits der Top 100. Das Niveau auf der Tour ist seiner Meinung nach so hoch wie nie. Ich glaube, dass die Leistungsdichte ist extrem im Golf. Es sind halt wirklich mittlerweile auch so viele Spieler, die die Turniere gewinnen können. Und dann ist es halt teilweise auch wie in der Tagesform oder so ein Quäntzchen Glück, dass mal der Einschlag klappt, der vielleicht sonst nicht klappt am schlechten Tag. Der BMW-Golfsportbotschafter ist auch großer Fußballfan. Die Langeweile in der Bundesliga aufgrund der erdrückenden Dominanz des FC Bayern München stört den 23-Jährigen. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, dass die es verdient haben. Ja, das ist natürlich so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht der riesen Bayern-Fan, von daher ist es für mich natürlich manchmal auch so ein bisschen langweilig, das jetzt dieses Jahr zu sehen. Aber ja, ich glaube, was die da auf die Beine gestellt haben in den letzten Jahren, den Fußball, den die jetzt spielen, das ist schon echt unglaublich. Und da kann man nur den Hut vorziehen. Ob Kiefer zur Liga der besten Golfer auf der European Tour gehört, kann er ab dem 24. Juni bei dem BMW International Open 2014 beweisen.